Heute stelle ich euch mein Königreich von Löwenstein vor. Eine Burg, die alles bietet. Vom Leben am Hof bis zum Alltag der einfachen Leute. Ihr könnt die Burg komplett aufklappen, um all die versteckten Details und Spielmöglichkeiten zu entdecken. Und das Beste? Ihr könnt diese Burg mit jeder Version der Burg Löwenstein bauen. Ihr braucht keine zusätzlichen Teile. Sei es die günstigere Variante von Blue Bricks, die natürlich vom Designer autorisiert ist, oder die Lego-Version, die heute leider Sammlerpreise erzielt. Das Pferd und die Hühner gibt es allerdings nur in der Lego-Version. Die fehlenden Figuren könnt ihr problemlos durch die neuen Dungeons & Dragons Minifiguren ausgleichen. Mit meiner Bauanleitung bekommt ihr nicht nur eine wunderschöne Burg, sondern auch jede Menge Spielspaß. Feste, Verteidigungen und Abenteuer in der Mine. Alle Szenarien, die ihr euch vorstellen könnt, sind hier drin. Das Modell ist vollständig geschlossen und ganz im Farbstil klassischer Lego-Burgen. Diese Burg ist nicht nur schön anzusehen, mit fantasievollen Elementen wie der Mine und dem Baum, der beweglichen Zugbrücke am erhöhten Eingang und einer Kutsche, die die verschiedenen Orte miteinander verbindet, ist sie das perfekte Modell für alle, die eine lebendige Spielwelt suchen. Und keine Sorge, die Bauanleitung führt euch Schritt für Schritt durch den Aufbau, sodass nichts schiefgehen kann. Also, worauf wartet ihr noch? Baut euer eigenes Königreich und erlebt all die Abenteuer, die diese Burg zu bieten hat. Bis demnächst auf Balance Pricks! und bis demnächst auf�� ineimein. Vielen Dank.